Willkommen zurück im Irrenhaus. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wo lang, aber da ist der Lift. Mal schauen, jetzt mal gucken, machen wir das Mikro ein bisschen anders, das stößt hier sonst immer an. Was haben wir hier? Können wir da rein? Nein, natürlich nicht. Im Treppenhaus, da ist kein Platz. Da geht es nicht weiter. Kurzen Augenblick. So, da bin ich wieder. Da noch ein Hund, der braucht auch immer wieder mal ein bisschen Zuneigung. In dem Fall hat es gereicht, wenn ich ihm die Tür aufmache. So, schon mal weiter. Wir sind noch auf der Suche. Ich hoffe, dass wir einen Schlüssel finden für den Aufzug. Nein, was? Was ist denn? Ach, das war ja vorhin auch so. Ah, stimmt, genau. Da haben wir uns immer hier versteckt. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht mit dem Spielen. Jetzt bin ich da ein bisschen hinterher. Ich glaube, das letzte Mal habe ich gespielt am... Ja, es wird zwei Tage jetzt mittlerweile her. Ist der Typ weg? Ich denke schon. Ja. Da muss ich mir jetzt mal was einfallen lassen, dass das irgendwie mal funktioniert. Okay, da ist er. Nein, der hat mich sogar gleich. Jetzt rennen wir mal. Irgendwo hier muss ja auch ein Schlüssel sein. Das schaut hier schön aus. Wo sind wir denn da? Nein, habe ich mich nicht verstecken können, oder? Nein, 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 nein. Er hat mich auf jeden Fall erwischt. Nicht schön, aber das kriegen wir noch hin. Scheiße, aber wie? Bringt das was, wenn ich nur schleiche? Eventuell? Okay, also das bringt gar nichts. Das ist natürlich nicht schön. Das spiele ich, glaube ich, auch schon zum zehnten Mal jetzt. Jetzt sagt er gleich, nobody likes a quitter. Man sieht die nicht. Oh, was ist das? Das ist eine Batterie. Wo kommt denn die her? Cool. Okay. Ich steh mal wieder auf. Hm. Wo kommt man? Oh nein! Fuck you, wo kommt denn er jetzt her? Ich renne jetzt mal ganz nach hinten. Ah! Jetzt weiß ich, was mein Fehler ist. Ich habe nicht Verstecken gedrückt, sondern, ähm... Headset, falsche Taste. Aber die Musik sagt mir, der Typ ist noch da. Oder? Ja, wie gruselig. Der kommt unter dem Bett. Das geht ja gar nicht. Okay, wir müssen mal schauen. Ah! Der hat mich schon wieder. Ich nehme es mal auf. Nein. Okay. Ich hänge direkt ein bisschen in der Sackgasse. Ich mache mal den... Weiß nicht. Den Ingame-Sound ein bisschen leiser. Das Gefühl, das schreit hier gerade so sehr. Oh ja. Äh, okay. Hm. Ich probiere es jetzt nochmal mit... Aber das haben wir doch gerade probiert. Pass auf. Machen wir einmal so. Wieso kommt der da immer gleich? Die Tür können wir schließen. Was bringt uns das? Das bringt ja gerade gar nichts. Halt. Kann man das schieben? Oh, sehr gut. Das ist ja mal schön zu wissen. Das ist gut. Wir machen das mal auf. Aber auch gleich wieder zu. Das ist hier auch für mich neu. Da ist der Aufzug. Alles klar. Ist da? Ah, guckt es mal her. Da kann man eventuell auch wieder hoch. Okay. Oh, da liegen gleich mehrere. Aber ich nehme es sogar auf. Ich traue mich wieder nichts sagen. Man will nicht irgendwie laut sein. Aber... Doch, hier waren wir doch schon. Ähm... Der schreit doch die ganze Zeit rum eigentlich, der Kerl. Ja, klar. Kommen wir nicht daher. Geht gar nicht auf die Tür. Hier waren wir doch schon, oder? Also, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gehen wir mal da entlang. Treppenhaus. Die Tür wird nicht aufgehen. Ja, verstecken müssen wir uns gerade mal nicht. Aber... Dann... Halt, wo war das? Hier geht es nach oben, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also, ähm... Jetzt schauen wir doch mal rein. Das geht nur mit dem Schlüssel. Genau, den haben wir nicht. Mist, jetzt... Da merkt man jetzt, habe ich ein paar Tage nicht gespielt. Da habe ich gleich Schwierigkeiten. Ja, doch, doch, doch. Das kennen wir schon. Da hinten. Aber wo ist der Raum, wo der Schlüssel ist? Oh, hier ist noch eine Tür. Die ist zu. Hm. Da passiert auch nichts. Jetzt lass mich überlegen, wie war denn das? Als wir angefangen haben zu spielen... Sind wir da rausgekommen? Ne, der Typ hat uns auch mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Ja, ja, da waren wir schon. Das ist, äh... Da ist immer so rübergerannt. Als wir zwischendrin mal geflohen sind. Also, da ist nichts gewonnen oder verloren. Alles klar. Kommen wir da rein? Ne, natürlich nicht. Das Treppenhaus. Das bedeutet, ich denke mal, wenn dieser Horror-Doktor uns eh mal da entgegenkommt, dann ist der nächste Fluchtweg halt wirklich da vorne. Puls steigt. Ja. Aber vielleicht können wir da irgendwie was machen. Ich weiß leider auch nicht genau was. Vielleicht kommen wir da irgendwie sonst wohin. Ne, muss... Fuck. Komm, wir rennen nochmal. Nein, ich komme nicht weg. Vielleicht müssen wir ihn wirklich irgendwie locken und dann durch den Liftungsschacht wieder rüber. Ich weiß es nicht. Das ist gerade total verzwickt. Ich... Ich... habe keinen großen Lösungsansatz. Wir machen hier mal wieder... Platz, das da offen ist. Hier, wie schön. Unsere kaputte Hand. Ist gut zu erkennen. Jetzt fehlen ja doch ein paar Fingerchen. Wenn ich... Ich gleite jetzt nochmal rüber, dass ich weiß, wo ich da rauskomme. Das war doch zwar dieses Patientenzimmer. So, jetzt sind wir mal da runter. Das ist natürlich für den Arsch, der kleine Hüpferer da. Der bringt gar nichts. Aber, wer weiß... Vielleicht bringt das jetzt ja so was. Ich verstecke mich jetzt mal gleich unterm Bett. Wo sind wir hier? Kann ich die Tür aufmachen? Ja, geht. Machen wir auch gleich wieder zu. Toilette. Okay. Ich spüle mich mal schnell weg. Mal schauen, ob ich noch wegkomme. Ah, man kann nicht weg. Man kann nicht weg. Man kann nicht weg. Ah, spannend, liebe Leute. Spannend, liebe Leute. Gleich nochmal probieren. Anders wüsste ich da keinen Lösungsansatz. Hier, schön. Vier Finger. Hier machen auf. Jetzt gehen wir da rein. Der Puls steigt schon. Das bedeutet, der kommt gleich. Machen wir zu. Da ruf. Da hoch. Da hoch. Wo sind wir denn hier? Jetzt waren wir schon in so vielen Räumen. Man blickt schon gar nicht mehr durch. Okay, den Raum kennen wir. Das ist der, wo der Schreihals den angeholt hat. Oder? Nee, das ist ein anderer. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Wohin? Es ist echt furchtbar. Ich weiß nicht mehr, was ich hier machen soll. Nein. Oh. Oh. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Ja, fiese Sache. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wir schauen mal. Hm. Es wird schon klappen. Also, wir machen hier nochmal auf. Jetzt hole ich den Clown nochmal. Jetzt steckt gleich der Puls. Hauen wir hier auf. Und zu. Ich höre ich. Verstecken wir uns mal. in der Hoffnung, dass es was bringt. Hör ich ihn. Bin mir nicht sicher. Nee. Oder doch? Verdammt. Ich komme nicht weiter. Da können wir mal aufmachen. Hier liegen halt lauter Halbtote. Aber wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ich mache jetzt nochmal hier, äh. Schauen wir uns mal um. Da ist noch eine Tür da hinten. Der Arsch schreit halt jetzt gleich los. Was auch, äh, uns keinen großen Vorteil bringt. Okay. Wo bin ich hier? Ah, man traut sich nicht weiter, verdammt. Nein! Wo ist der? Ja. Jetzt warten wir mal kurz. Ist der hier? Hier. Nee. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier waren wir vorhin schon bei der Toilette. Und da passiert aber nichts. Bei der Toilette ist nicht viel. Mist. Nein. Oh. Wo ist der? Der war da hinten. Ja, liebe Leute, machen wir hier mal einen kurzen Break. Wie es weitergeht, nächste Folge. Einfach reinschalten. Bis dann. Ciao. Servus. Gut. dem